Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Schwule, sehr geehrte Lesben, sehr geehrte Androgyne, sehr geehrte Bi-Gender, sehr geehrte Frau zu Mann und sehr geehrte Mann zu Frau, sehr geehrte Gendervariable, sehr geehrte Genderqueer, sehr geehrte Intersexuelle, sehr geehrte Weder-Noch-Geschlechter, sehr geehrte Geschlechtslose, sehr geehrte Nicht-Binäre, sehr geehrte Pangender und Pangeschlechtlichen, sehr geehrte Transmännliche und Transmänner, sehr geehrte Transweibliche und Transfrauen, sehr geehrte Transmenschen, sehr geehrte Transmitstern, sehr geehrte Transsternweiblich und Transsternfrauen, sehr geehrte Transsternmännlich und Transsternmänner, sehr geehrte Transmenschen, sehr geehrte Transfeminine und sehr geehrte Transgender, sehr geehrte Transgenderweiblich und Transgender Frau, sehr geehrte Transgender Männlich und Transgender Mann, sehr geehrte Transgender Menschen, sehr geehrte Transmaskuline, sehr geehrte Männlich-Transsexuelle und sehr geehrte Weiblich-Transsexuelle, sehr geehrte Transsexuelle Männer, sehr geehrte Transsexuelle Frauen, sehr geehrte Transsexuelle Personen, sehr geehrter Interstern-Weiblich und sehr Sehr geehrte Intersternmänner, sehr geehrte Intersternfrauen, sehr geehrte Intersternmenschen, sehr geehrte Intergender, sehr geehrte Intergeschlechtlich, sehr geehrte Zweigeschlechtlichen und sehr geehrte Zwitter, sehr geehrte Hermaphroditen, sehr geehrte Two-Spirit-Drittes-Geschlecht und sehr geehrtes Viertes-Geschlecht, sehr geehrte XY-Frauen, sehr geehrte Batsch, sehr geehrte Femen, sehr geehrte Drag, sehr geehrte Transvestiten, sehr geehrter Crossgender, sehr geehrtes Nullgeschlecht und natürlich auch ganz herzlich die sehr geehrten sonstigen Geschlechter, sehr geehrter Unterstrich Bader und sehr geehrter Unterstrich Mus. Die AfD-Fraktion lehnt ihren Antrag ab. Danke.